so noch mal sehen hier werden leute getötet und verstümmelt ja wir können später dachte ich mir fast dass du da so argumentieren würdest ging es jetzt hier wieder raus ich habe mich schon wieder verlaufen da ging es raus ist auch keine mehr nein das war's ist hier noch was von wert für uns sieht nicht so aus das sah aus dem augenwinkel so aus wie so eine nuka cola quantum aber du geh weg ich mag ich nicht los hier werden leute getötet und verstümmelt wir können später reden komme ich nicht raus ich denke mal ich gehe erst mal wieder runter so jetzt habt ihr ein haus ganz für euch alleine mit brennender tonne und du hast ja nicht gesehen ist da wer hallo ist da wer sag du mal was so komme ich jetzt hier raus gar nicht so komme ich hier raus aha ja hilfe nein munition nein daten daten aufgaben so tenpenny ist tot dave töten ted streyer töten ted streyer muss ich jetzt noch finden so alistair tenpenny den haben wir erledigt ähm nein wir werden mal kurz auf die weltkarte gucken wo jetzt hier ted streyer das ist die republik von dave hier hinten genau ted streyer wo ist der denn das im washington monument geschichtsmuseum geschichtsmuseum da gehen wir doch erstmal da hin rivet city ach das ist er genau wir müssen zunächst mal nach hause und abkippen aber ganz dringend so na komm schon sehr schön 10penny wer erlegt vielleicht haben wir auch was neues für unsere waffenkammer ich weiß es nicht sieht aber nicht so aus bisher energy weapons ist auch nichts dazu gekommen wie es aussieht äh heavy guns ich glaube da hatten wir nur noch den raketenwerfer dabei jawoll den haben wir da jetzt auch hängen und dann haben wir noch die unarmed weapons da ist auch nichts dazu gekommen wie es scheint gut dann können wir das hier mal exiten einmal gucken was wir jetzt hier an kleidung dabei haben die wir nicht unbedingt brauchen kurz niesen hei 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 der kam ja accessoires gut kleidung buttons perücke 10penny's anzug der auf jeden fall umgebungsanzug kam dahin und die form des sicherheitsdienstes gut dann setzen wir nein die schildfahrtbrille kommt mit die wollte ich aufsetzen und nicht weglegen ok google maske kann erstmal wieder runter die werden wir auf jeden fall mitnehmen ich denke jetzt werden uns wilde Gude nicht mehr angreifen das kommt mir ganz gelegen muss ich sagen so können wir dann nachher noch die uniform des sicherheitsdienstes vielleicht noch irgendwo hinhängen was wir hier nachher noch mitmachen weiß ich noch nicht da halt bist du wieder offen die Tür so und an dieser stelle möchte ich jetzt auch erstmal eine kleine pause wieder machen ich setze mich jetzt noch wieder schön auf den balkon und lese noch eine runde bis später tschüss ja hallo da bin ich wieder so jetzt ist schon wieder über eine woche vergangen seit ich hier was getan habe jetzt wollen wir erstmal sehen wie weit wir waren ich meine wir hatten gerade 10 penny erlegt und dann wollen wir jetzt mal sehen wie wir jetzt hier weitermachen genau 10 penny war erledigt du kopfschlüssel hab ich dave töten test treyer töten egal überlebens handbuch wissenschaftliche anstrengungen ich würde bald sagen wir werden mal ja wir werden mal eine von diesen erweiterungspacks anfangen ich würde ja ganz gerne ja was würde ich denn Funksignal der ausgestoßenen ähm naja Pitch der Pitch hab ich noch nie gemacht ehrlich gesagt das können wir ja mal ausprobieren ich weiß nicht ob das jetzt schon funktioniert ich meine welches Level haben wir denn wir haben Level 12 na gut lasst uns warten mit den Download Packs bis ich Level 15 habe ich denke das ist gar nicht mal so verkehrt ähm gut dann würde ich sagen lasst uns mit der Hauptquest weitermachen mit Level 15 geht es dann los mit den Erweiterungspacks versprochen mal kurz nachsehen ob wir auch gut ausgerüstet sind wir sind gut ausgerüstet wie ich sehe auf dem Mittelstick wir haben Splittergranaten dabei gut Pulsmin bla 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 Kleidung ähm alles klar das sollte funktionieren Munition setze ich jetzt mal voraus dass wir die haben ich werde wahrscheinlich jetzt gleich arg enttäuscht sein weil ich nichts dabei habe an Munition wieder mal äh Waffen wir gleich mal ausrüsten die Marksmen werden wir da ach wir haben doch Munition dabei das ist ja herrlich so und dann müssen wir jetzt Kontrollraum Projekt Purify das ist in diesem Teil fragt mich jetzt nicht was das ist ist das Washington das Jefferson Memorial ich weiß es nicht irgendeiner von den beiden muss das sein irgendein Memorial eben genau da werden wir jetzt mal hin oh das ist aber neblig hier muss ich sagen bei der anderen Version bei der ungeschnittenen habe ich Mod installiert damit dieser ganze ja dieser ganze Nebel hier nicht ist damit man weiter gucken kann weil das spielt ja immerhin 200 Jahre nachdem die Bomben gefallen sind das sieht immer so aus dass wenn die gerade ist runter gekommen da sieht dann die Welt auch etwas naja nicht ganz so grau aus sondern etwas grüner aber den wollte ich jetzt hier weniger installieren das zieht nämlich die Framerate etwas in den Keller und das wollte ich euch nicht antun so jetzt müssen wir nur erstmal sehen ich erschrecke mich hier immer vor der Framerate die wird bei mir oben links angezeigt die seht ihr jetzt natürlich nicht aber die ist rot und rot ist immer so ein Zeichen von Hilfe da kommt was irgendwie der war daneben der hat getroffen dann kommt ein noch ein noch jawoll da war der Centaur dass ich den ersten ich habe den ersten Klumpen im Fliegen gesehen ich dachte das wäre ein Grafikfehler gewesen aber nein da war ein Centaur der hat natürlich auch mal nichts dabei so wenn ihr jetzt hier die Klappe im Hintergrund hört das sind meine Katzen die kloppen sich gerade so jetzt sind hier garantiert noch irgendwo Super Mutanten wo ist die Sau wo ist die Sau Eieieieiei der kann aber schön hüpfen Kanada herrlich sowas für uns dabei Magelbrett ich meine wir haben schon eins aber wir nehmen lieber nochmal eins mit auch kaum geschossen nur einmal fallen gelassen soo wo ging das denn jetzt hier rein verdammte Axt das ist jedenfalls Purify da quackt man Karte im Hintergrund der will irgendwas von mir ich weiß noch nicht was ne das mach ich lieber na kommst du das mach ich lieber so die wackeln mir zu viel hin und her da hab ich nach dem Wochenende jetzt noch nicht wirklich die die Muse zu das jetzt ausgleichen zu können H-Klammer wunderschön Au! was? da ist er zum Glück haben die mittlerweile noch alle ziemlich einfache Waffen hier desto höher man nachher im Level ist desto schlimmer haben die nachher ihre Waffen die kommen nachher schon mal mit Sturmgewehren an oder so einem Blödsinn und Raketenwerfer haben wir ja auch schon ein paar mal gesehen aber die häufen sich nachher noch wunderschön Ballert doch einer ich höre das doch was ist das denn? wie sie sehen sehen sie nichts ach da geht es ja schon los mit den Sturmgewehren ach da geht es ja schon los mit den Sturmgewehren wollen wir mal gucken das muss doch irgendwo was sein ach du scheiße ach ich habe jetzt nicht gerade die Scheiße gesagt das würde ich nie tun nein nein bleibst du liegen hier du stehst wieder auf bevor der Wecker klingelt sonst machen wir schon das weiß ich so oh 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 der legt nach das ist die Chance mit einem Schuss erlegt der muss ja schon angekratzt gewesen sein das kann ich nicht alleine gerade gemacht haben Sturmgewehren das packen wir alles ein hier wunderschön so muss das laufen Koffer die Pistole und das oh und noch Munition und noch mehr Munition und was haben wir hier einen Werkzeugkasten mit Müll Bullion Wunderkleber können wir einpacken ich meine damit konnte man ich weiß nicht das habe ich garantiert schon gesagt die nicht die Waffen sondern die die eben die Rüstungen reparieren Fleisch und Bohnen packen wir auch einen kann ich Schaden wegschmeißen können wir es immer noch Baseball ein Pümpel was macht ein Pümpel in einem Safe der muss ja unheimlich wichtig gewesen sein das war das bestimmt das Büro von Super Mario deswegen hat er einen Pümpel im Schrank das wird sein das sieht mir sehr suspekt aus hier muss ich sagen hier da ist doch irgendwas rum ich sehe das doch da hinten rennt einer rum den sehe ich auch gut du komm, bewege dich 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 kriege ich so nicht verdammt ist das wieder um die ecke gerannt die blöde sau